Also vorweg, ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr hier seid. Heute wird die Auktion stattfinden, wo es sich um mehrere Fahrzeuge handelt, die von Interesse sein könnten. Geht an niemanden. Ich möchte euch auch sagen, was da dringe war. Da wäre drei Uzi's dringe, mit jeweils 20 Magazinen. 190 zum dritten. Herr Kau, für 190.000 an dem geht's. Okay. Als wenn. Als wenn was? Als wenn. Wieso? Wer hat das gemacht? Ich weiß jetzt nicht irgendwie, dass die jetzt einfach nur zusammen wäre oder dass die jetzt übermorgen dem Kiez beitritt oder so was. So ist das definitiv nicht. Die fährt mit diesem Maddox rum und wenn ich das richtig mitbekommen habe, arbeitet der beim Tacoladen. Aber normalerweise Leute, die beim Tacoladen arbeiten, arbeiten nicht nur beim Tacoladen. Ja. Also schätze ich mal, der wird... Und dann ist das eine von euch oder was? Nein. Warum die jetzt mit uns... Okay. Warum die jetzt mit uns rumhängt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also die war schon immer ganz gut so eigentlich mit Jan und Frank so. Keine Ahnung. Ich verstehe mich auch ganz gut mit ihr, aber keine Ahnung. Guck mal, da sind auch noch ein paar. Ähm, aber nicht mehr deine Leute. Oh, sorry. Ja, dann müssen wir jetzt zum Kiez. Nein, du schnackst jetzt aus. Nein, du bist abgeholt. Okay, sorry. Danke, na tschüss. Ciao, hallo. Hässlich. Tschüss. Alles? Ist die alle schon weg? Ah ja, die sind alle schon weg. Ey. Ich ruf nur kurz und zack es ja. Kann mir gar nicht leisten, aber. Ähm. Ui, aber perfekt. Ey, level, du alte Rappensau! Ja, was? Kannst du dich mal auf Taco abholen? Taco Lepre? Ja, Digga, schlecht. Wir sind gerade auf dem Weg zum Pier, wo wir heute die Leute abgeholt haben. Helen ist anscheinend tot. Was? Ja. Die, die, hä? Ja, sie ist, sie ist tot. Die haben sie da gefunden, keine Ahnung. Ich weiß es selber noch nicht viel. … … … Ech, es ist schon 0 Uhr, wünscht euch was. Das ist schon vorbei. Ich wünsch, dass der Typ, wenn er, wenn er es war, auch immer, schnell genug laufen kann. Ja, wo ist sie? Weißt du, ob sie ermordet wurde oder ob sie... Ja, ich glaube, es hat eine Axt, keine Ahnung. Was? Ey, es ist nur Glück, habe ich ein Messer dabei, den mache ich, aus dem mache ich Gulasch. Der Schwanz wird schon... Ist schon... Ui! Wo ist sie? Bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Der ist die, die zu uns gekommen ist und sagt, sie bräuchte Hilfe. Am Ende von Pia. Wer war das? Wer war das? Keine Ahnung. Ich fick euch alle. Also ihr habt niemand anders außer diese blonde Frau gesehen, right? Also wir nicht, nein. Wir haben keine Ahnung gesehen. Wie gesagt, sie sagte, sie hätte die Frau dann gefunden, sie wäre hier mit ihrem Freund verabredet und, äh, ja, den, den sie gesehen hat, hätte rote Haare und sei ins Wasser gesprungen, mit schwarzen Klamotten. Ich hab dann gerade... Ganz ehrlich, und wie, wie heißt ihr? Äh, ich bin Drake. Weiter? Hunter. Äh, Maddy, bist du das? Ja. Da komm, Maddy, ja, okay, let's go. Hunter, sei Dank Hunter. Ja. Nö, die Bullen kommen, ich mach zu, Digga. Ich kann dich verpissen. Äh, Priest, hast du nochmal gleich eine Sekunde? Holy shit. Äh. Priest, komm, bitte gerade mit. Gehen wir ab, oder was? Ich will gleich pennen, Digga. Ja, dann... Wie lange ist der, ja? Der hat schon da gestanden, als wir... Ja, Uhrzeit. Uff. Der hinter... Also der auf dem Parkplatz steht da hinten. Der schwarz-weiße, ja. Ja, richtig. Der steht schon richtig lange da. Drei Stunden mindestens. Das ist nicht, das kann nicht sein. Doch, auf jeden Fall. Kein Scheiß. Ja, warte, aber ist die vorhin... Mimi, ist die vorhin damit hierher gefahren, weißt du das? Das weiß ich nicht, da stand schon... Also wir haben hier die... Mit dem Dominator? Ja, ja, wir sind zusammen. Ja, okay, alles klar, dann stand er die ganze Zeit hier, okay. Das ist krass. Aber wie ist sie dann hierher gekommen? Das frage ich mich jetzt. Ja, wir sind halt zurückgefahren und sie wollte... Wir wollten das mit dem Molen machen und sie meinte, sie muss noch mal für eine halbe Stunde weg. Ja, aber wie ist sie hierher gekommen? Es ist kein Auto hier. Hast du... Der Dominator? Nein, der Dominator steht schon die ganze Zeit hier. Nein, damit sind wir vorhin zurückgefahren und dann ist sie noch mal losgegangen. Ah, okay, alles klar. Hast du dir nicht gesagt, mit wem sie wegfährt? Sie ist alleine weggefahren. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, fuck. Scheiße, ich blute, bitte hilf mir. Sag, wo nur ich weiß es nicht, ich werde euch alle kriegen, euch alle. Bis dann, wir sehen uns irgendwann wieder. Amin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020